Das ist ein weißes T-Shirt. Und in diesem Video zeige ich dir, wie du dieses einfache weiße T-Shirt in fünf verschiedenen Varianten stylen kannst. Bevor es losgeht mit dem Video, ein paar Fun Facts zum T-Shirt. Ein T-Shirt, also ein weißes T-Shirt, galt damals übrigens nur als Unterwäsche. Deshalb haben die Leute das weiße T-Shirt auch damals nur unter ihrer eigentlichen Kleidung getragen. Wenn man das weiße T-Shirt auf den Boden ausbreitet, dann sieht man, woher der Name T-Shirt kommt. Denn man kann ganz klar eine T-Form erkennen und aus dem Grund heißt das T-Shirt auch T-Shirt. Jährlich werden insgesamt über zwei Billionen T-Shirts verkauft. Und das teuerste T-Shirt kostet sage und schreibe 400.000 US-Dollar und ist mit Diamanten besetzt. Also, nice to know. Und jetzt starten wir mit der ersten Variante. Die erste Variante ist auch wohl beim ersten Blick die wohl konservativste Variante. Und zwar stecken wir uns bei dieser Variante das T-Shirt in die Hose. Nachdem man das T-Shirt in die Hose gesteckt hat und die Hose geschlossen hat, kann man das T-Shirt auch noch an den Seiten ein wenig herausziehen, um den Look einfach ein bisschen in Form zu bringen. Gut passt dieser Look zum Beispiel zu einer feinen Anzugshose, zu Chinos oder auch zu Crop Trousers. An dieser Stelle darauf achten, dass das weiße T-Shirt nicht zu eng geschnitten ist, da du das T-Shirt ja eh schon in die Hose steckst. Den zweiten Look kennen und tragen wir wohl alle. Und zwar das T-Shirt aus der Hose heraus. Das ist wohl eine Variante, die man wohl automatisch trägt, wenn man weiße T-Shirts irgendwie miteinander kombiniert. Das T-Shirt sollte auf jeden Fall den Gürtel bedecken. Alles andere wäre an dieser Stelle zu kurz. Und auch hier gibt es verschiedene coole sportliche Looks, die man rocken kann. Wenn du dich weiterbilden möchtest, was das Thema Outfits und Styling angeht, dann lad dir einfach mal das E-Book Demenz Style Guide runter. Mit dem Gutschein-Code Dylinkworte 20 bekommst du sogar noch 20% Rabatt. Und ich kann dir jetzt schon mal versichern, wenn du das Buch durchgelesen hast, dann bist du mit den Basics, was das Thema Outfits und Styling angeht, auf jeden Fall vertraut. Die nächste Variante ist wohl mein Favorit. Und zwar bringt man einfach ein bisschen Pepp in das T-Shirt rein, indem man das T-Shirt an den Seiten hochkrempelt. Man verändert also optisch die Proportionen und das Gute daran ist, dass auch da kleine Oberarme wie bei mir etwas größer werden. Also diese Variante sieht auf jeden Fall cool und lässig aus und perfekt für den Frühling und den Sommer. An dieser Stelle allerdings aufpassen, die Ärmel nicht zu hochkrempeln. Zwei- bis dreimal hochgekrempelt reicht vollkommen aus. Bei der nächsten Variante holen wir noch ein Kleidungsstück aus dem Kleiderschrank und tragen ein Hemd über dem T-Shirt. Man kann zum Beispiel ein ganz normales Businesshemd über ein weißes T-Shirt drüberziehen, aber auch zum Beispiel Street-Style-Looks mit karierten Hemden und Brusttasche sehen richtig cool und lässig aus. Gerade dann, wenn man auch das Hemd offen trägt. Und wie du auch siehst, kannst du auch diese Variante cool und lässig kombinieren. Die fünfte Variante ist die Oversize-Variante. Bei dieser Variante kaufst du das T-Shirt entweder ein, zwei Nummern größer, sodass das T-Shirt Oversize aussieht, oder du kaufst tatsächlich ein Oversize geschnittenes T-Shirt. Ob das T-Shirt Oversize ist oder nicht, erkennst du zum einen an der Schulternaht, die dann ein Stückchen nach außen versetzt ist, oder du schaust einfach ins Etikett rein. Wenn das T-Shirt dann tatsächlich Oversize geschnitten ist, solltest du definitiv deine eigentliche, ganz normale Größe nehmen. Falls es das nicht ist und es ein ganz normales T-Shirt ist, dann kaufst du einfach ein, zwei Nummern größer, damit du das T-Shirt Oversize tragen kannst. Und auch hier gibt es verschiedenste Kombinationsmöglichkeiten, gerade zum Beispiel mit einer dunklen Skinny Jeans sieht ein weißes Oversize-T-Shirt richtig cool aus. Kleiner Tipp, für Oversize-Looks solltest du auf jeden Fall auch eine gewisse Größe haben, damit dieser Look auch von den Proportionen her gut aussieht. Und Vorsicht, das T-Shirt nicht zu groß kaufen, wenn du das nämlich machst, dann siehst du aus wie Eminem aus den 90er Jahren. Jetzt weißt du auf jeden Fall Bescheid, in welchen Varianten man so ein einfaches weißes T-Shirt tragen kann. Und ich wünsche dir jetzt einen ganz tollen Tag und viel Spaß beim Tragen deines weißen T-Shirts.